Jede Geschichte hat einen Anfang. Suchen wir nach dem Ursprung des Bösen. Warum bist du zurückgekommen, Claire? Deine Verschwörungstheorien war schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren. Wir müssen das verhindern. Schau dir das an. Ich hab Angst davor, was Umbrella mit Dieterstadt anstellen wird. Es gab einen Zwischenfall. Sowas wie Chernobyl. Die Leute werden krank. Du musst uns helfen, Claire. Die Welt muss erfahren, dass sie abgeht. Wir müssen das verhindern. Wollen wir? Was hat Umbrella hier gemacht? Wir haben an ihnen Experimente durchgeführt. Aufteil. Wir müssen Sie weghaben. Wir lassen hier weg. Wir werden Umbrella verstören. Lauf! Untertitelung des ZDF, 2020